Achtung, Achtung! Ein Mann in amerikanischer Uniform wird versuchen, die Grenze nach Kambodscha zu überqueren. Er ist gefährlich. Bei Sichtkontakt schießen! Im Wendekreis des Söldners. Er ist ein Einzelgänger. Und er ist ein Einzelkämpfer. Der Söldner ist wieder da. Sie kennen den Befehl. Sofort schießen! Schieß doch! Schieß doch! Nur zwei Personen wissen von seinem Spezialauftrag. Ein Auftrag der höchsten Geheimstufe. Die verkaufen es als Glücksbringer. Mein Gott, Chris! Scheiße, wir sind getroffen! Ganz ruhig, wir schaffen es noch! Na! Meide, Meide, wir sind getroffen! Im Wendekreis des Söldners. Hier wird der Jäger zum Gejagten. Er muss allein durch die Hölle des vietnamesischen Dschungels. Er kann niemandem trauen. Sie sind alle gegen ihn. Wir müssen sehen, dass wir hier wegkommen! Es scheint, dass Sie keinen Respekt haben gegenüber der Uniform, die Sie tragen. Sie stehen unter Rest! Wir fanden bei dir Kriegspläne gegen das revolutionäre vietnamesische Volk! Allein gegen die vietnamesischen Elite-Truppen. Allein gegen die kambodschanischen Rangers. Allein gegen seine eigenen Leute. Alle Entdeckung, die Hütte ist ein Trick! Und allein gegen die Green Barretts. Er darf sich von niemandem aufhalten lassen. Es ist ein Kampf gegen die Zeit. Schnell zurück zu den Hubschraubern! Oh Gott, Tom! Nun, macht schon, beeilt euch! Der Sergeant ist gleich hier, er holt nur Tom! Ich sag nur hoch! Oh nein, das darf doch nicht wahr sein! Charlo! Du wirst schon Märtyrer, wenn ich dich töte, aber den Gefallen tue ich dir nicht! Schwein! Der Söldner lässt sich durch nichts und niemanden aufhalten. Er muss die Grenze erreichen. Stahl! Der Söldner ist wieder da! Im Wendekreis des Söldners!